Musik Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen! Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ja, heute ist wieder Zeit für unseren Teamgeist, das heißt meine Mädels, also meine Bastelwerkstatt-Bande, meine Teammitglieder und ich zeigen euch zu einem bestimmten Thema ganz viele tolle Ideen und ich habe wieder so, so, so viel tolle Post bekommen, dass ich die gar nicht ins Bild bekomme, deswegen liegt hier jetzt noch nichts, aber ich hole mir das jetzt gleich Stück für Stück alles ins Bild. Das Thema von unserem heutigen Teamgeist ist Glückwunschkarte, das heißt, es ist ein total offenes, vielseitiges Thema und jeder konnte im Prinzip machen, was er möchte und das ist auch ganz toll, was da alles Tolles entstanden ist und ich starte gleich mit der ersten Karte. Die erste Karte ist von der lieben Moni und ja, also ihr seht selber, das ist jetzt schon mal vom Äußeren eine total schöne Karte. Was ich ganz witzig finde, ist, die Moni hat auch den Silberdart verwendet und hat ihn hier so kreuz und quer drüber gespannt. Das ist auch mal eine ganz andere Idee dazu. Und die Karte kann man hier anziehen und dann, Achtung, muss ich gucken, dass alles im Bild ist, öffnet sich hier, geht hier dieses Fenster auf, alles Liebe zum Geburtstag für dich. Und das ist eine total schöne Karte. Erstens mal gefällt es mir immer total gut, wenn eine Karte was kann, aber ich finde es auch toll, dass sie mit den Glückskäfern gearbeitet hat, mit dem Stempelset, das man zur Celebration dazu bekommt, also von Januar bis März gratis, ab einem Bestellwert von 375 Euro. Und genau, ich finde, das ist echt eine coole Sache, weil die Karte, diese Ziehkarten, die kennt ihr ja vielleicht auch schon, da habe ich auch schon mal eine gemacht. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich da ein Video gemacht habe, falls ja, verlinke ich euch das hier oben. Aber ich habe schon eine kleine Ziehverpackung gemacht, die war auch sehr süß, genau. Die verlinke ich euch jetzt mal hier oben. Und das ist natürlich das gleiche Prinzip, aber bei den Ziehkarten kennt man das normalerweise, dass dieses Teil hier genauso groß ist wie dieses Teil. Und ich finde, das ist einfach noch so ein ganz toller Spezialeffekt, dass das eben ein bisschen kleiner ist. Und mit den kleinen Marienkäfern, das ist einfach total goldig, oder? Ja, also eine total schöne Karte. Vielen lieben Dank, Moni. Und die Moni macht dazu auch eine Anleitung auf ihrem Kanal. Ich halte euch das jetzt mal so ins Bild. Hier findet ihr die Moni. Sie hat eben auch einen YouTube-Kanal und bastelt mit euch da diese Karte. Auf jeden Fall nach hat sie geschrieben. Okay, das war die Karte Nummer 1. Vielen Dank, Moni. Ich finde die super schön. So, dann habe ich von der lieben Heike was bekommen. Und zwar erst mal schon mal zwei Karten. Die zeige ich euch sofort. Und ich habe auch noch eine Karte bekommen. Und das finde ich auch total schön. Das wollte ich euch unbedingt noch zeigen, weil das erstens mit dem Regenschirm-Set ist. Das habe ich auch noch. Damit wollte ich auch noch was zaubern. Aber ich bin noch nicht dazugekommen. Und zweitens, was ich da an dieser Karte total toll finde, ist diese Linie hier außenrum. Das ist einfach mit einem Feinliner gezogen. Und das finde ich ist eine total coole Idee. Und lockert die Karte auf oder gibt ihr genau noch das, was sozusagen ohne die Linie fehlen würde. So manche Sachen, manchmal hat man doch sowas, dass noch irgendwie was fehlt auf der Karte. Und ich finde, das ist eine total coole Idee, so eine Linie einfach außenrum zu zaubern. Und schon ist die Karte genauso, wie sie sein muss. Und die Heike hat mir einen ganz lieben Brief geschrieben. Vielen Dank, liebe Heike. Es freut mich sehr. Und ich habe noch eine kleine Schoki bekommen. Und da wollte ich euch die Verpackung auch zeigen mit den Tulpengrüßen, weil das ist bestimmt auch eine gute Idee für euch. Da ist so eine kleine Schoki drin. Einfach so eine Teebeutelverpackung gemacht. Ich habe selber auch schon mal eine Teebeutelverpackung gemacht. Das verlinke ich euch auch jetzt hier oben unter dem weißen I, falls ihr das braucht. Könntet ihr da schauen, wie man sowas bastelt. Und mit der Tulpe ist das natürlich eine tolle, frühlingshafte Idee. Und ganz süß gemacht. Vielen, vielen lieben Dank, liebe Heike. Und jetzt kommen ihre Karten zum Thema Teamgeist. Und die finde ich auch total schön. Also ich fange jetzt mal mit der Hochzeitskarte an. Ich hoffe, ihr seht es gut. Es schimmert richtig schön und glänzt und glitzert mit den Herzen. Eine Hochzeitskarte, eigentlich ganz schlicht, aber auch mit geprägtem Hintergrund. Und ich finde, ganz, ganz tolle Farbkombinationen. Und durch diesen geprägten Hintergrund, das schaut wirklich ganz toll aus, oder? Kommt auch in der Kamera sehr schön rüber. Dann natürlich mit einem schönen Spruch. Innen eben auch noch schön gestempelt. Also finde ich wieder eine ganz, ganz tolle Karte. Super, oder? Mit dem Band, alles so leichtseidig. Und richtig schön fürs Thema Hochzeit. Gefällt mir richtig gut. Und dann habe ich hier noch eine coole Karte. Die hat so eine besondere Kartenform. Also man sieht, die sieht jetzt erstmal so aus. Frühlingsgrüße. Und dann, wenn man sie aufmacht, also die kann man hier so aufklappen. Die ist so übereinander geklebt. Ganz interessant gemacht. Weil sich eigentlich, hat man nur dieses ganze Stück geschnitten. Und die anderen Teile, dieses Teil und das untere Teil ist einfach dazu gebaut. Dazu geklebt. Hier innen auch noch mit der Magnolie so schön. Auch eine tolle Farbkombination. Und was ich jetzt nicht genau weiß, ist, ob dieses Frühlingsgrüße, ob das ein Stempel ist oder ob das mit der Hand so schön geschrieben ist. Das weiß ich nicht genau. Gucken wir mal. Könnte auch aus den Sprüchen sein. Geniale Grüße und Glitzer, kleine Grüße. Also mir fällt jetzt dazu kein Stempelset ein, aber ich finde die Schrift total schön. Hier ist die Materialliste von der Heike. Und also ich finde, das sind ganz, ganz tolle Karten und eine super Idee. Schon mal für den Frühling auf jeden Fall super toll. Und natürlich auch für das Thema Hochzeit. Vielen, vielen Dank, Heike. Gefällt mir sehr gut und danke für deinen Hinblief. So, und die nächste Karte ist von der lieben Steffi. Also ich zoome euch noch ein kleines bisschen weiter raus. Ich glaube, ich bin ein bisschen zu nah aus, sodass man das alles schön sieht. Ich finde die Karte ist schon mal sehr cool. Also ich hoffe, das kommt in der Kamera so raus hier. Das ist so ein Pergamentpapier oben drüber. Also ich kann das jetzt nicht wegzupfen, aber das ist unten quasi in die Blüten reingestempelt. Mit diesem Produktmedley, wo ich wieder den Namen nicht weiß. Da gab es so eine komplett tolle Produkte, mit diesen wunderschönen Schriften auch noch. Die gibt es jetzt immer noch in der Ausverkaufsecke. Also schaut doch mal im Online-Shop, wenn ich die Möglichkeit habe. Ich glaube, es geht nicht ganz, aber man kann hier oben mal nachschauen. Da kommt jetzt auf meine Webseite. Da könnt ihr auf den Online-Shop gehen und da gibt es eine Seite oder einen Register im Online-Shop. Der nennt sich Clearance Rack. Und das ist die Ausverkaufsliste sozusagen. Da könnt ihr immer noch mal nach Schnäppchen suchen gehen. Und da ist es, glaube ich, noch immer drinnen, dieses Produktmedley. Das war eine Riesenproduktreihe mit Stempelset und Papier und allen möglichen Stanzformen. Das kann man immer noch kaufen, wenn es noch, ich hoffe, es ist noch drinnen. Und zwar, ich glaube, fast zum halben Preis oder so. Oder ich glaube, es hat mal 90 gekostet und kostet jetzt 50 oder so. Also das nagelt mich da nicht fest, das weiß ich nicht genau. Aber es ist ein total schönes Set. Und mit diesem Set hat die Steffi gearbeitet. Und also allein schon die Schrift ist einfach nur mega schön. Und hier hat sie es so gemacht, dass sie die Blüten in den Hintergrund gestempelt hat, auf das weiße Papier. Ihr seht auch, die Kartenform ist prinzipiell auch was Besonderes, weil die eben nicht ganz geschlossen ist hier. Sondern dieser Teil ist also schon von der Innenseite von der Karte. Und dann hat sie so ein Pergamentpapier drüber gelegt und hat das koloriert. Glaube ich. Und zwar unten mit einem gelben Ton und dann ein bisschen orange und dann nach rot, rosa, nach oben so. Ich denke, sie hat es mit den Schwammweizen gemacht. Ich weiß es nicht genau. Ich habe es jetzt nicht auf dem Brief stehen, aber ich würde das so machen. Und ich finde, das ist eine tolle Idee, weil das einfach so eine Leichtigkeit in die Karte bringt. Wenn man das vor sich hat, dann denkt man sich, cool, wie ist das gemacht? Ist das auf dem Pergamentpapier gestempelt? Oder wie funktioniert das eigentlich, dass das so durchschimmert? Also ich finde das total schön und natürlich auch frühlingshaft. Das ist natürlich auch toll. Und ja, also finde ich echt eine super Idee, liebe Steffi. Vielen Dank für diese wunderschöne Karte und natürlich auch für deinen tollen Brief. Dankeschön. Ganz tolle Idee. Nächste Idee. Das ist eine Wahnsinnskarte, glaube ich. Ich habe es mich noch gar nicht getraut, dass ich sie auspacke. Ich zeige sie euch gleich. Also wie gesagt, das ist jetzt auch für mich total spannend, wie die innen aussieht. Von außen ist es schon mal ein Traum. Diese Karte habe ich bekommen zusammen mit dieser wunderschönen Karte von der Marion. Und Marion hat mir auch einen kleinen Brief dazu geschrieben. Da freue ich mich natürlich sehr. Dankeschön, Marion. Und ich finde die Karte ist total schön. Also das ist jetzt aus einem neuen Set auch, das es jetzt eben in Kombination gibt. Zusammen mit Produkten aus dem Erbst-Winter-Katalog, äh aus dem Frühjahr-Sommer-Katalog, also aus dem Mini-Katalog und aus der Celebration. Und sie hat das ganz toll kombiniert. Ich finde erstens mal die Farben richtig schön. Auch, dass das noch leicht ankoloriert ist. Dann sind hier so kleine Tupsen drauf. Die sind auch total schön. Die schimmern so. Dann die Schmetterlingen und schöne Sprüche. Und also eine ganz bunte, farbenfrohe Karte und total schön und richtig, ja, freuen wir uns auch richtig auf Frühling, wenn man die Karte sieht, oder? Also ganz tolle Karte. Und das ist eben nur die Karte für mich sozusagen mit Brief. Und ihr eigentliches Projekt ist eben dieses hammermäßige Teil, muss ich jetzt mal sagen. Also erstmal total schöne Farbkombination, superschönes Papier. Und sie hat geschrieben, die Idee ist von Mandys Bastelwerkstatt. Also bin ich jetzt echt total gespannt, was da rauskommt. Man darf das hier an dieser Schleife öffnen. Und ich habe mir echt gedacht, ich halte mir das auf bis zum Video und bin da wirklich gespannt. Und ich hoffe, dass ich jetzt nichts falsch öffne oder so, aber ich weiß wirklich noch nicht, was sich da drin verbirgt. Das kann man jetzt hier so schön aufmachen. Und das bleibt auch da drinnen. Okay. Man kann es natürlich so gestalten, dass man dann die Karte rausnimmt und dass das dann der Umschlag ist. Wow. Ja. Ui, das geht noch weiter. Boah, das ist ja eine Hammerkarte. Okay, also jetzt erstmal die Frontseite, zeige ich euch mal ganz schön. Ist das natürlich mit der Blütenreihe, die ist natürlich der Traum. Also die ist echt schön. Und das ist auch richtig schön gestaltet, farblich toll. Mal mehr Farben und irgendwie, also schön abgestimmt. Also tolle Farbkombination, muss ich sagen. Und dann kann man das hier eben so aufmachen. Hat hier die Innenseiten. Toll dekoriert. Und es ist wirklich eine schöne Hochzeitskarte auf jeden Fall. Ein toller Spruch. Und hier, die Ehe ist eine Reise und zu zweit ist einfach alles schöner. Haben wir auch erst verwendet in der Reihe von der ersten Bestellung und meinen ganzen Kartenideen ist dieses Stempelset. Blühende Worte. Und ja, also ich finde es ganz super toll. Und da ist noch richtig viel Platz. Man könnte hier zum Beispiel einen kleinen Einstecker, Einschub machen und da Geld reintun, wenn man das zur Hochzeit verschenken möchte. Das ist wirklich eine super Karte. Und gerade zum Thema Hochzeit ist das wirklich eine tolle Karte, weil das ist ein aufwendiges Projekt auf jeden Fall. Und es ist was ganz Besonderes. Und das ist auch echt total schön, auch gleich direkt toll verpackt mit dieser Hülle außenrum. Wow. Ja, und das ist natürlich auch ganz viel Platz für wunderschöne Sprüche, so wie auch dieser Spruch. Ich muss euch den mal kurz vorlesen. Schön, oder? Also ich finde die Karte ist der Hammer. Wirklich, wirklich schön. Ich finde die Farben ganz toll. Und diese Verpackung, die ist echt der Hammer. Also wirklich, mir fällt gar kein anderes Wort ein. Die ist echt super schön. Und ich finde wirklich, wie gesagt, gerade zur Hochzeit ist das echt ein ganz, ganz toller Hingucker. Und das ist auch vielleicht eine Karte, wo mehrere Leute unterschreiben können. Man hat da viel Platz für Texte oder für, wie gesagt, Unterschriften. Und hat ja auch gleich eine wunderschöne Verpackung dafür. Also Marion, vielen Dank für diese zauberhafte Karte. Die ist wirklich schön. Total toll. Also meine Schleife ist nicht so schön wie deine, aber das mache ich nachher in Ruhe nochmal neu. Muss ja fürs Foto ich nochmal aufmachen. Vielen Dank, Marion. Ganz, ganz tolle Idee und tolle Umsetzung. Total cool. Die nächsten beiden Karten sind von der Maike. Und ja, sie hat mir auch ein Brief geschrieben. Sie weiß nicht, welche Karte sie schöner findet. Und mir geht es genauso. Also ich fange jetzt mal mit dieser Karte an. Was ich hier ganz, ganz, ganz toll finde, ist die Farbkombination mit Schwarz. Und der Wassermelone ist so kombiniert eigentlich irgendwie so eine schlichte Karte und doch so schön. Also wenn man die mal so alleine im Bild hat. Ich finde dies wirklich total toll. Auch was ich total cool finde, ist natürlich, dass mal ein schwarzer Farbkarton verwendet wurde. Passend zu dem Schwarz-Weiß-Papier. Ich habe auch noch ein paar Schwarz-Weiß-Papiere und weiß irgendwie immer nicht so richtig, was ich damit anfangen soll. Und das ist echt eine ganz tolle Idee. Die werde ich mir vielleicht auch mal klauen. Ich finde die super schön, die Karte Meike. Wirklich ganz toll. Mit den Schmetterlingen. Natürlich auch wieder ein bisschen Frühlingshaft. Ich glaube, uns geht es gerade allen so, dass wir gerne in bunten Farben basteln wollen. Oder irgendwie mit Schmetterlingen. Und einfach so, ja, so ein bisschen diese Winterbastele hinter uns lassen. Und ich finde die Karte total schön. Und die zweite Karte, die finde ich, also ich tue mich schwer, aber ich, ja, wahrscheinlich ist das noch ein bisschen mehr mein Favorit. Ich finde die auch super schön. Ich liebe natürlich diese Mondblüten. Ich glaube, das habe ich schon ganz oft erwähnt. Und die Karte ist einfach nur total schön. Also ich mache die mal so auf. Klapp, klapp. Die Idee ist von Jasmin Stempel nochmal, glaube ich. Ja, hat sie geschrieben. Und ja, der Spruch ist natürlich schön. Herzlicher Glückwunsch. Das Papier ist mega schön. Da zeige ich euch auch gleich meine Karte. Ich habe auch mit dem Papier gearbeitet. Und was ich auch toll finde an der Karte ist dieser Hintergrund mit den Klecksen. Gefällt mir richtig gut. Farbkombination toll. Karte super. Ja, beide Karten sind total schön, sind etwas Besonderes und gefallen mir sehr, sehr gut. Vielen, vielen Dank, Maike. Ganz tolle Idee. Ja, jetzt würde ich euch ganz kurz meine Karte zeigen. Eigentlich nur, weil ich auch mit dem Papier gearbeitet habe. Also meine grundsätzliche Kartenidee ist diese Karte. Herzlicher Glückwunsch. Und die Karte, ihr seht schon, ich bin auch gerade in diesem Frühlingsbastelmodus mit Frühlingspapier und bunten Farben. Diese Karte war sozusagen meine erste Karte. Die sieht innen so aus, ein bisschen dekoriert auch innen mit dem Designerpapier. Und außen sieht sie so aus und die hat hier diesen silbernen Draht. So. Und dann habe ich mir gedacht, bastle ich noch ein bisschen weiter. Und habe so mit dem gleichen Design noch eine Karte gebastelt. Genau, die kann ich euch innen auch zeigen. Die ist noch nicht beschriftet. Die hat hier so, also kein silbernen Draht dieses Mal, sondern so ein bisschen Glitzer auf den Blüten. Und ist total schlicht, aber ich finde sie sehr schön und elegant. Und wenn man sie dann aufmacht, hat man hier noch so einen kleinen Einschub und kann hier den Spruch und den Text dann schön aufbringen. Und hier habe ich eben auch noch ein bisschen in dem anderen Design gemacht. Einmal in dem gleichen, wie jetzt die Maike verwendet hat. Innen dann hier mit dem lieben Blumengruß. Für dich. Und dann das gleiche Papier, wenn man es einmal umdreht, hat man dieses Papier eben auch so frühlingshaft. Auch innen dann wieder so gestaltet. Also ich fand das irgendwie schön, dass das so schlicht ist. Und hier sieht man auch, glaube ich, hoffentlich auch in der Kamera, wie schön die Mondblüte jetzt glitzert und schimmert. Und genau, die Karte habe ich eben nochmal gemacht. Die werde ich verschicken. Und die Kartenanleitung ist dieses Mal so, also ich werde euch zeigen, wie man die Karte macht. Die gehört in meine Reihe Einfach Elegant. Und die werdet ihr erst in ein paar Wochen sehen. Also ich werde es diesmal nicht so machen, dass ich das direkt mit euch nachbastle. So wie sonst oder ein paar Tage später Online-Test, sondern das dauert noch ein bisschen, bis ihr die Anleitung seht. Aber ich finde die Karte ist grundsätzlich total schön, auch wenn sie so schlicht ist. Also ich fand die alle toll und ich wollte euch einfach mal so ein bisschen unterschiedliche Karten auch zeigen. Und das ist eben mein Beitrag zum Teamgeist, weil wir spenden die Karten ja auch immer. Und da mache ich natürlich auch trotzdem immer eine Karte dazu. So, und jetzt habe ich noch eine ganze große Menge an Karten von der Nadine bekommen. Die Nadine hat geschrieben, dass sie sich so ein bisschen auf Seerosen spezialisiert hat, würde man jetzt mal hier so sagen. Und zwar, jede Karte hat eben ihren besonderen Seerosen-Touch. Und die zeige ich euch jetzt gleich. Vorher muss ich euch noch ganz kurz diese kleine süße Eule zeigen. Die habe ich bekommen als kleines Geschenk mit einer Schofi drin. Die finde ich total süß. Und ich musste sie retten fürs Video, weil ich habe natürlich einen kleinen Uhu-Fan zu Hause. Und sonst wäre die Eule beinahe abhanden gekommen. Also beim Auspacken war die ganz schnell stipitzt. Aber ich konnte sie noch retten. Ja, und zwar fangen wir an mit den ersten Seerosen. Hier ganz schön mit Designerpapier im Hintergrund gearbeitet. Und was ich auch ganz schön finde, ist, dass die Innenseiten immer so schön dekoriert sind. Ich finde, das macht sich nochmal ganz gut. Also es gefällt mir sowieso immer gut, wenn es innen eben auch dekoriert ist. Und ja, es ist eine sehr schöne Karte. Und hier ist einmal die Materialliste. Und das Logo, das sich die Nadine selber kreiert hat. Und hier sind die Kontaktdaten von der Nadine. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Süß oder die kleine Maus? Also sie gefällt mir sehr gut und hat sie selber gemacht. Anscheinend hat sie geschrieben im Brief. Und dann kommen wir zur nächsten Karte. Die finde ich ja auch mega. Also die ist ja wieder mal... Also grundsätzlich sieht die so aus. Hier im Hintergrund, man kann das eben aufmachen, ist die Seerose innen drinnen. Total schön gestaltet. Was total witzig ist, sind diese kleinen Fliegen. Also der Frosch hat es natürlich auf die Fliegen abgesehen. Die hängen da so an einem ganz dünnen Bändchen. Sind hinten und vorne eben beklebt. Sodass die von der Vorder- und Rückseite schön sichtbar sind. Und sind total süß, oder? Was für eine coole Idee ist denn das? Also ich hoffe, das kommt in der Kamera gut rüber. Ihr seht, dass die hängen hier so süß. Und somit um den kleinen Frosch, der ist ja sehr vernaschen will rum. Und ja, finde ich total coole Idee und ganz, ganz cool gemacht. Das sind nochmal die Materialliste. Und finde ich echt mega. Also die Karte ist total witzig. Zum Geburtstag für dich. Ja, das ist doch total nett, oder? Ein paar Kröten könnte man da hin tun oder so. Süß. Okay, dann kommt die nächste Karte. Die ist auch spannend, weil die unten dieses Band hat. Finde ich auch mal was ganz anderes. Das schimmert so ein bisschen. Ich glaube, ihr könnt es ganz gut erkennen. Und das zieht sich so einfach einmal unten komplett um die Karte rum. Wie auch bei den anderen Karten innen wieder ein bisschen gestaltet. Also das ist eben als Trauerkarte gestaltet. Und das ist, denke ich mal, ganz was anderes. Also nicht total schlicht oder nur in Grau- und Schwarztönen gehalten, sondern einfach auch mal ein bisschen bunter und sehr edel gemacht. Genau. Dann einmal noch die Materialliste. Und jetzt kommen wir zum letzten, zur letzten Karte. Also diese Karte finde ich auch wieder sehr, sehr schön. Ich hoffe, es kommt raus. Es ist wieder so ein tolles Schimmerpapier im Hintergrund. Der passt natürlich super zur Seerose. Nimm dir Zeit zum Glücklichsein. Passt auch total gut, finde ich, zur Seerose. Da denkt man schon irgendwie an Entspannung und an einen schönen Teich. Und auf ein bisschen Ruhe an einem schönen Teich mit einer Tasse Kaffee oder so. Finde ich, sowas kommt da als Erinnerung raus. Und hier im Hintergrund ist auch nochmal ganz cool, ganz, ganz fein gearbeitet, wie so eine Art dünne Angelschnur, würde ich jetzt mal sagen, die hier hinten noch so ein bisschen aussieht, wie wenn man eine Steine ins Wasser schmeißt und der dann so Kreise zieht. Also ganz schön weit ausgeholt, aber so an das erinnert mich das einfach. Und auch innen wieder total schön gestaltet. Und was ich auch toll finde, ist, dass das eben auf so Pergamentpapier embossed ist, glaube ich, oder gestempelt. Ich weiß nicht, es hebt sehr gut, also sehr, es glänzt jetzt nicht wie beim Embossen, aber es ist wahrscheinlich gestempelt nur, oder? Steht jetzt nichts dran, aber ich glaube, es ist wirklich nur gestempelt. Aber es sieht richtig toll und satt aus als Stempelabdruck. Also wirklich eine tolle Karte und ich finde die schön, die ist ja mit Schimmer und bisschen Effekt, aber irgendwie auch schlicht und gefällt mir sehr, sehr gut. Und hier nochmal die Materialliste. Ich hoffe, ich bin da richtig gut im Bild. Und nochmal das süße Logo. Total cool. Also vielen, vielen Dank für diese tollen Karten, liebe Nadine. Und natürlich für meine kleine süße Eule. Danke. Die ist süß. So, die nächsten Karten sind von der lieben Svantier, diese beiden. Da ist noch eine kleine Dankeskarte, die fand ich auch total süß, die wollte ich euch noch schnell zeigen. Deswegen, wir haben so eine kleine Verkaufsaktion bei uns im Team gemacht und ich habe mir da natürlich auch was sichern müssen, ein paar Standsformeln. Und deswegen, ich glaube, da hat jeder so eine kleine süße Dankeskarte bekommen von der Svantier. Das finde ich total süß. Okay, und die Karten, die ich euch zeigen muss, die sind wirklich, muss, also die möchte ich euch unbedingt zeigen, die sind so toll. Also ich fange jetzt mit dieser Karte an und das ist, also an diese Karte habe ich irgendwie total lang gedacht. Ich finde, die ist so toll von der Farbkombination. Das ist irgendwie, ich weiß nicht warum, also es ist ja eigentlich eine einfache Farbkombination, aber die sind, finde ich, richtig super. Ich finde die so schön, die Karte. Hier im Hintergrund ist auch das neue Papier, das man jetzt bei der zweiten Celebration bekommt, also am 3. März gibt es ja nochmal einen neuen Teil der Celebration. Schaut mal auf meinem Blog vorbei, ich verlinke euch das hier, was man da alles Neues, Tolles sich aussuchen darf. Und die besten Wünsche für euch ist, glaube ich, auch schon aus dem. Wir haben wieder eine Materialiste, da können wir jetzt gleich mal spicken. Ich habe die Namen noch nicht so drauf von dem neuen Stempelset aus der neuen Celebration, aber es steht hier auf jeden Fall drauf, von was das alles ist. Könnte schon sein, dass das aus der neuen ist, weiß ich jetzt gar nicht genau. Aber ich finde wirklich, ich bin total begeistert von diesen Farben. Das ist Aquamarine und Blütenrosa und mit dem Espresso noch gestempelt und dem Vanille im Hintergrund, vielleicht ist das auch dieses, ich weiß nicht, ich finde die Karte total schön, wirklich. Die hat es mir total angetan. Dankeschön, 20. Und 20 hat geschrieben, diese Karte ist zum Beispiel auch als Babykarte geeignet. Also eigentlich ist es ja für alles, Bestenwünsche für euch, auch zum Beispiel für die Hochzeit oder, ja. Und die kann man natürlich auch als Einsteiger machen. Da ist jetzt nicht so viel Technik dahinter. Man braucht jetzt keine Stanzmaschine oder so, sondern man hat einfach eine Handstanze und ein bisschen Stempel, ein bisschen Schneiden, also das kann man super so machen. Finde ich eine superschöne Karte. Und die zweite Karte, die ist jetzt ein bisschen aufwendiger gestaltet. Also da müsst ihr euch jetzt erstmal den Hintergrund anschauen. Hier ist so mit silbernen Sprenkeln gearbeitet worden. Was ich finde, was die Karte total edel macht, sind diese Randstanzen hier außen rum. Die gefallen mir total gut. Dann finde ich auch die Farben sehr schön. Und zwar, also Bombermousse ist sowieso meine Farbe. Also wirklich eine tolle Hochzeitskarte. Die Torte auch schön gestaltet. Zwei Herzen, ein Versprechen, das ist im Borst. Der Text innen ist gestempelt. Auch ein tolles Etikett. Und also sehr, sehr edel. Sehr schöne Karte, sehr edel gehalten. Und auch da zeige ich euch natürlich die Materialliste. Ich hoffe, so ist alles gut im Bild. Und ich muss echt sagen, ich muss da nochmal ein bisschen näher herangehen für euch. Also das finde ich ganz toll. Finde ich beide Karten wunderschön. Und die ist, wie gesagt, die ist mir irgendwie von der Farbkombie total im Kopf geblieben. Ich glaube, die muss ich auch mal basteln. Und die ist wirklich so schön edel und elegant. Also ganz toll. Vielen Dank, Franzi. Freut mich total. Nächste Karte kommt von der lieben Julia. Und ich zeige euch hier jetzt einmal der kleine Gruß mit dem süßen Marienkäfer. Der ist auch total süß, oder? Da ist der Hintergrund so leicht gestanzt. Seht ihr das? So Kreise aus einem gestanzt. Das lockert das Ganze noch ein bisschen auf. Gibt noch ein bisschen was ganz Besonderes. Und sieht einfach total süß aus. So eine kleine Karte ist immer total toll, finde ich. Und ihr tolles Werk ist diese Karte hier. Ich glaube, das Erste, was einem so ins Auge fällt, ist natürlich die Kartenform. Die ist total schön. Mal ganz was anderes. Man kann die natürlich auch hochkant machen, so rum. Und was auch ganz cool ist, und was man vielleicht erst auf den zweiten Blick sieht, ist, dass sie hier um diese Stanzform noch einen Draht gewickelt hat. So als ganz kleinen Hingucker. Und das ist eine tolle Idee, finde ich. Eine super coole Sache. Macht das Ganze noch ein bisschen, ja, einfach noch mal ein kleines Highlight dazu. Schön. Dann natürlich die Blüten. Dann ist es grundsätzlich eine recht bunte Karte. Also auch wieder ein bisschen auf Frühling gemacht. Und jetzt zeige ich es euch mal von innen. Wow. Oder? Cool. Also die Kammer hier so, die macht so einen kleinen Pop-Up-Effekt. Wenn man die jetzt hochkant macht, geht das natürlich auch. Kann man hier was draufkleben, so wie hier auch. Und dann halt das Ganze hochkant basteln. Und hier auch noch mal mit vielen, vielen Blumen. Alles Gute zum Geburtstag und dass viele deiner Wünsche wahr werden. Schön, oder? Wir haben hier auch gleich die Materialliste drin. Und ich finde, das ist eine ganz tolle Kartenform. Und was ich einfach auch toll finde, ist, dass die so schön bunt ist. Die macht einfach Lust auf Sommer und Frühling und viel, viel Farbe. Vielen, vielen Dank, liebe Julia, für diese tollen beiden Karten. So, die nächsten beiden Karten sind wieder ganz elegante Karten von der lieben Vanessa. Und auch hier ziehe ich mich wieder sehr schwer. Also, ich zeige euch jetzt einmal die als erstes. Und was ich hier wieder habe, das ist die gleiche Farbkombination. Dieses Blütenrosa mit dem Aquamarine oder so. Also, ich glaube, das Aquamarine, das finde ich einfach mega schön. Das ist hier eben noch mit diesem tollen Papier, das so schimmert und glitzert. Mit so Silberakzente oder so Champagnerakzente. Es ist nicht direkt Silber, es ist ein bisschen dunkler. Ich weiß nicht, ob das in der Kamera rüberkommt. Also, es ist wieder eine total schöne Karte. Auch innen total schön gestaltet. Viel Glück. Also, finde ich super schön. Sie hat hier, man muss mal überlegen, wie die Karte gemacht ist. Also, das sieht ja aus, wie wenn das ein perfektes Designerpapier wäre. Aber wenn ich das richtig sehe, und das ist richtig krass aufwendig, sind es auch lauter verschiedene Papiere. Und zwar einmal ein Designerpapier, dann ein Stück Blütenrosa, ein Designerpapier, ein Stück Aquamarine. Und dann wieder ein Stück Designerpapier, wieder ein Stück Blütenrosa und wieder das Designerpapier. Das alles erstmal richtig zugeschnitten und dann komplett gestanzt. Ah, es ist eine Idee von Stampin' Kreativ. Steht hier oben. Da kann man bestimmt die Anleitung anschauen. Finde ich, ist eine total schöne Idee. Mit einem ganz tollen Effekt und wirklich einem tollen Gefühl für eine Farbkombination, weil das so perfekt aufeinander abgestimmt ist. Mir gefällt das richtig, richtig gut. Ganz tolle Karte. Vielen, vielen Dank. Und die zweite Karte, das lasse ich euch jetzt auch noch sehen, ist auch von der Anleitung von YouTube von Janne Allmark. Und da seht ihr einmal die Materialien. Da muss ich gucken, dass ich euch die richtig ins Bild halte. Und die Karte ist auch wieder total schön. Ist wie so eine kleine Art 3D-Karte rausgearbeitet. Also hier sieht man, dass das ein bisschen höher aufgeklebt ist in der Mitte und aus dem unteren Teil rausgestanzt worden ist. Ich denke, dass das danach dann eben mit den Sprenkeln und Klecksen bearbeitet wurde und dann später so zusammengeklebt worden ist, dass es eben hier keine Sprenkel hat. Mit der Schleife natürlich, mit den tollen Mondblüten. Und auch innen total schön. Ja, wunderschön. Ganz tolle Karte. Und die Sprüche sind aus dem Geburtstag für dich, würde ich sagen. Und hier so durchsichtige Perlen machen sich sehr, sehr gut. Finde ich auch wieder zwei wirklich total tolle Karten. Vielen, vielen lieben Dank, meine Frau. Gefällt mir richtig, richtig gut. Dankeschön. Ja, die nächsten tollen Kartenideen kommen von der lieben Sarah. Und Sarah ist auch neu im Team und hat mir hier auch nochmal eine schöne frühlingshafte Karte gebastelt. Toll selber Designerpapier hergestellt im Hintergrund mit diesem Blüten-Set aus der Celebration und dem total lieben Spruch. Vielen Dank. Die Karte freut mich auch total. Dankeschön. Und ich finde, das ist eine tolle Idee für eine Frühlingskarte. Auf jeden Fall für jeden. Schöne Frühlingsfarben und so richtiger Farbkleck. Super. Und die zwei Karten, die sie gebastelt hat, fangen wir mal mit dieser an, sind zum einen schon mal wieder in diesem tollen Farbkombinationen. Finde ich, ich mag dieses Waldmus und das Blütenrosa auch sehr gerne. Und natürlich ist das auch eine ganz, ganz tolle Kartenform, oder? Also ihr seht das hier. Wir machen das jetzt mal auf. Kann man eben hier verschließen, die Karte. Und dann hat man hier eine richtig coole Kartenform mit einem schönen Spruch. Also ist eine schöne Karte, oder? Finde ich total toll. Mal was ganz anderes ist einfach an dem Designerpapier orientiert, wie man das schön ausschneiden kann. Und finde ich, ist eine mega gute Idee. Ganz super. Dankeschön, Sarah. Und die zweite Karte dazu, also mit dem gleichen Designerpapier, finde ich auch wunderschön. Und das ist jetzt so eine Karte, die man nach oben klappen kann. Und hier, mal gucken, ja, dass es flach aufgeklebt. Man könnte das natürlich auch so aufkleben, dass man da noch so ein Tag im Hintergrund machen kann. Aber das ist auch wieder eine total schöne Karte. Die ist zum Beispiel auch super geeignet für Anfänger, weil man einfach, ja, gar noch nicht so viel Material dafür braucht. Und auch wieder mit der schönen Schleife. Ich glaube, es ist so eine unechte Schleife. Da habe ich eine Anleitung bei Alexandra Grape mal gesehen. So schaut die ungefähr aus. So könnte ich mir das vorstellen. Ich habe es noch nicht probiert, aber könnte sein, dass das so eine Schleife ist. Also total schön. Vielen, vielen Dank, Sarah. Und wir haben hier auch eine Materialliste. Ich zeige euch erst mal die eine Seite, dann die zweite. Es tut mir leid, ich bin ein bisschen stimmlich angeschlagen. Ich bin jetzt zwei Wochen krank gewesen und ich hoffe einfach, dass ich das Video noch durchstehe. Es kommen jetzt noch ein paar Karten, aber ich werde jetzt versuchen, nicht mehr ganz so viel zu reden. Vielen, vielen Dank, Sarah. Mir gefallen alle Karten total gut. Die nächste Karte finde ich wieder ist der absolute Hammer. Sowas habe ich noch nie gesehen und ich finde, das ist eine total coole Idee. Seht ihr die Regenschrauben als kleine Perlen? Das ist wieder so eine Karte, wo man nicht aufhören kann, damit zu wackeln. Diese Karte ist von der lieben Lisa und ich finde, die ist total klasse. Wenn mal Regen kommt, dann gießt deine Blumen damit. Ich finde es total schön, dass das Designerpapier von den Schuhen zu den Stiefeln passt. Blumen gegen Blues und diese Regentropfen mit den Perlen, das finde ich, ist so eine geniale Idee und das ist wirklich eine total tolle Karte. Und ich habe es wirklich vorher noch nie gesehen. Hallo Sonnenschein. Also ich finde es toll. Was ich auch schön finde, ist, dass hier beide Seiten mit flüsterweißem Papier beklebt sind. So hat man ganz viel Platz zum Schreiben und das macht sich auch total gut. Und das ist im Farbkontrast total schön mit der Hintergrundfarbe. Tolle Karte, oder? Ich kann gar nicht aufhören, ich habe es ja gewusst. Die Lisa findet ihr unter Lisas Basteltisch. Es kann sein, dass es noch ein bisschen dauert mit der Seite, aber sie ist gerade in der Bearbeitung auf jeden Fall. Und die Karte ist echt mega, mega schön. Oh Lisa, ich kann nicht aufhören. Was gibst du mir solche Sachen in die Hand? Also total schön und vielen, vielen Dank für diese wunderschöne Idee, Lisa. Die nächste wunderschöne Karte ist von der lieben Linda. Und also die Karte finde ich auch wieder mega cool. Die kann wieder, die hat so einen tollen Verschlussmechanismus. Innen auch total schön gestaltet. Ich finde auch hier wieder die Farbkombination total schön. Ist jetzt mehr so im rosanen Stil gehalten, zusammen mit dem Grün. Ich habe auch eine wunderschöne Materialliste. Die halte ich euch jetzt mal nochmal ins Bild. Also es ist Wassermelone und die grüne Farbe ist Olive. Passt sehr gut zusammen. Wassermelone und Olive gefällt mir richtig gut. Ihr findet die Linda hier unten. Ich halte euch das mal so ins Bild. Und also die Karte ist wirklich total cool. Dieser Verschluss, die Farbkombination, ich finde die Karte total toll. die Linda schreibt, sie ist Anfänger. Also ich finde nicht, dass die Karte ausschaut wie eine Anfängerkarte. Ich finde die ist mega. Total toll, Linda. Wirklich. Gefällt mir ausordentlich gut. Und du hast mich gebeten, ob ich noch einen Tipp für dich habe, dass die Karte zu bleibt. Weil die immer so ein bisschen aufpoppt. Ich denke, dass du es schon ziemlich fest gefalt hast, bevor du es zusammengeklebt hast. Was man natürlich immer machen kann, wenn Karten so ein bisschen abstehen, ist, dass man eine Banderole oder eine Schleife außen rum macht. Man könnte jetzt also hier noch eine Schleife befestigen und dann zur Not noch zusammenbinden mit einer Schleife versehen. Aber ich finde, das braucht es gar nicht. Also mich stört das jetzt ehrlich gesagt nicht. Sie kloppt vielleicht so ein bisschen aufeinander, wenn sie steht. Aber wenn sie so liegt, naja. Also mich, ich würde es jetzt nicht als störend empfinden. Also man kann einfach versuchen, dass man die Kanten wirklich extrem stark nachfaltet mit dem Falzbein oder eben, dass man eine Banderole außen rum bastelt, die man dann wegschiebt. Wobei natürlich dann die Karte wahrscheinlich nicht mehr so wirkt. Also wenn dann eine schmale Banderole, die man nur hier unten hinsetzt, die halt relativ eng ist, dass du das hält oder eben man versieht das Ganze mit einem Schleifenband und macht dann noch eine Schleife hin, zum Beispiel hier unten oder so, wo man das dann noch ein bisschen fixieren kann. Das wären jetzt so meine Tipps, wenn dich das stört, dass das so ein bisschen aufpfloppt. Aber ich finde, das ist nicht schlimm. Und ich finde die Karte ist total schön und ich finde, das ist ein ganz tolles Projekt und definitiv gesellschaftsfähig auf alle, alle Fälle. Vielen, vielen Dank, liebe Linda. Ich glaube, ich habe jetzt alle durch. Meine Stimme ist jetzt auch schon ziemlich angeschlagen. Ich weiß nicht, wie viel ich noch rauskriege. Ich werde jetzt nochmal kurz durchschauen, weil bei mir schaut es jetzt ganz wild aus mit lauter Kuvern und lauter Karten um mich rum, dass ich keine Karte vergessen habe und dann melde ich mich nochmal kurz zum Schlusssatz bei euch. So ihr Lieben, ich möchte mich jetzt bei euch ganz herzlich fürs Zuschauen bedanken und natürlich bei all meinen super Team wie das fürs mitmachen und das freut mich total. So viele wunderschöne Karten. Schaut euch mal diese Stapel an. Wahnsinn, oder? Also echter Hammer. Ich mache jetzt von jedem noch ein Bild. Das seht ihr jetzt im Anhang noch in Ruhe. Könnt ihr euch die nochmal anschauen, die Karten von nah und ich freue mich auf euch bis zum nächsten Mal. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt bitte diesem Video einen Daumen nach oben und wenn euch das Video generell gefallen hat und ihr gerne mehr von meinen Videos sehen wollt, dann könnt ihr den Kanal natürlich abonnieren. Drückt dabei diese Glocke und dann werdet ihr immer kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Bis zum nächsten Mal und ich hoffe, meine Stimme ist dann wieder besser. Bis dann. Tschüss. 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 Musik Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.